Hat irgendwie nichts funktioniert, ich wüsste nicht, was ich falsch mache, hatte keine Orientierung überhaupt drin. Meine Freunde haben sofort gesagt, ey, man sieht das schon, das ist so krass und ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Es ist alles machbar und ihr müsst nur wissen, wie es geht. Herzlich willkommen zu diesem erneuten Video auf meinem Kanal. Ich bin hier mit der... Eveline. Mit der Eveline und sie ist bei uns hier zu Besuch als Teilnehmerin bei uns im Büro. Eveline hat sich auch schon super abgenommen, ist noch gar nicht so lange dabei. Insgesamt jetzt von 60 Kilo auf 58 Kilo wieder abgenommen, aber auch gewisse Muskulatur schon aufgebaut. Das heißt, sie wird schon 4 Kilogramm an Fett verbrannt und hat eine krasse Story mit allen Büromern dran, wie sie es schon abgenommen hat. Deswegen fangen wir einfach mal an. Stell dich mal kurz vor, wer bist du so, was machst du so? Ja, ich bin die Eveline und ich habe eigentlich Kauffrau zu Büromern gelernt und mache aktuell jetzt in einer Behandlung bin ich drin und werde erstmal ein Päuschen machen, sage ich mal. Und bald dann irgendwann auch wieder anfangen, einen Bürojob zu machen. Das ist so, ja, Buchhaltung liebe ich extrem und ja, und dann in diese Richtung werde ich dann bald auch wieder reinsteigen. Genau, und jetzt habe ich mich fokussiert erstmal aufs Abnehmen, weil Zeit ist da, genau. Und fand ich schon ganz cool. Und diesen Schritt zu machen war eine beste Entscheidung, die ich machen konnte. 25 bist du, ne? Ich bin 25, genau. 25, okay. 25 Jahre. Okay, alles klar. Wie bist du denn dann auf und so aufmerksam geworden quasi auf Zellcoaching, auf mich? Das war so, ich habe erstmal der lieben Sarah gefolgt, Henrys Verlobte. Nicht vergessen. Und dann irgendwann kam es halt so öfter mal so, dass du ja auch öfter da aufgetaucht bist natürlich, macht ja Sinn. Und dann hattest du irgendwann eine Fragerunde gestellt und ich habe einfach mal mitgemacht. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, ist eine 50-50-Chance, dass er mir antwortet. Was für eine Frage hast du gestellt, weißt du noch? Äh, das weiß ich nicht. Das war, genau, du wolltest ein Video schicken. Genau, das war das. Ja, stimmt, ja. Und so kam das und dann habe ich gedacht, okay, fragst du mal noch, ob ich das auch haben darfst. Und so kam dann der Lauf sozusagen. Wir haben dann zusammen geschrieben. Und ja, und dann kam auch direkt schon das erste Gespräch. Und ich habe dann direkt gemerkt, okay, das passt. Das wird passen auf jeden Fall. Und ich bin einfach dankbar, dass ich den Schritt doch gewagt habe, weil ich war immer hin und her so im Zwippen, machst du das oder nicht? Und ja, und dann habe ich doch entschieden, du machst das jetzt oder nicht. So, und das war mir wichtig. Geil. Wo hast du direkt schon gemerkt, so das passt? Schon direkt beim ersten Gespräch mit der Nadja. Ja, das war einfach schon mega sympathisch. Die hat einfach ganze Fragen gestellt. Ich habe geantwortet. Und es war einfach schon diese Atmosphäre schon irgendwie da. Da war was in der Luft, fand ich. Und ja, da habe ich gesagt, okay, machst du es. Und dann kam direkt der nächste Gespräch mit dem Daniel. Und ich habe mich total wohlgefühlt einfach direkt. Und ich habe gesagt, okay, es wird auf jeden Fall klappen. Und dann schon beim zweiten Gespräch habe ich gesagt, das wirst du jetzt machen. Du wirst jetzt dran teilnehmen. Geil, geile Sache. Okay, das heißt, direkt schon gut gestartet, direkt schon wohlgefühlt. Das ist schon mal top. Wie hat das denn bei dir gestartet? Also wie war deine Situation so, bevor du zu uns Coaching gekommen bist? Wie war dein Körper? Was hat dich am Körper gestört? Erzähl mal. Das war so, ich hatte mich schon im Fitnessstudio angemeldet. 2018 war das, also schon länger her. Habe auch so zwei Kilo ungefähr abgenommen. Habe aber an der Ernährung und sonst nie was dran geändert. Also habe gedacht, okay, das wird schon passen. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das hat irgendwie nichts funktioniert. Ich wusste nicht, was ich falsch mache, hatte keine Orientierung überhaupt drin und habe dann gesagt, okay, du musst das irgendwie ändern. Es hat mich einfach nur gestört, so mein Bauchumfang, meine Beine und ich habe nie abnehmen können an den Stellen, sage ich mal. Und das fand ich nicht schön mehr. Und ich habe mich nie wohl gefühlt. Ich habe immer so ein bisschen weitere Sachen getragen. Dunkle Sachen, klar, trage ich jetzt auch. Aber nichtsdestotrotz traue ich mich jetzt schon mehr, mal Farbe zu tragen. Und das war mir sehr wichtig. Und ich hatte dann auch öfter mal Oberteile gekauft, wo ich mir gedacht habe, irgendwann wirst du da reinpassen. Aber es ist jetzt so lange her schon und es hat sich nie geändert. Und deswegen wollte ich Veränderungen haben. Das war für mich, für die Seele auch sehr wichtig für mich jetzt. Ja, coole Sache, coole Sache. Man muss ja sagen, du hast jetzt bei einem Gewicht gestartet, wo man jetzt als Außenstehender sagen würde, ach, Evelin, stell dich nicht so an, du wirst doch steigen. Aber wenn es einen selber stört, das ist das, worauf es ankommt, ne? Richtig, ganz genau. Und ich finde das einfach wichtig, du musst dich auch wohlfühlen, weil das macht den Mindset auch viel aus. Und wenn das nicht da gegeben ist, dann wirst du immer unzufrieden sein und du wirst immer meckern. Und dann kommst du nicht weiter. Und Veränderungen sind auch dafür da, um auch aus sich herauszukommen. Auf jeden Fall. Und das fand ich halt jetzt auch wirklich sehr wichtig auch so, dass man auch ein bisschen mehr daraus lernt und sagt, okay, komm, jetzt oder nie. Ja, geile Sache. Auf jeden Fall, weil ich meine, ob man jetzt auf der Waage eine 75 stehen hat oder eine 80 Kilo und sich unwohl fühlt, oder ob man weniger auf der Waage hat, aber in den Spiegel schaut, sich unwohl fühlt, das ist das, was zählt. Das Spiegelbild ist das, was zählt. Wenn man sich unwohl fühlt, dann sollte man was ändern. Ganz genau, sehe ich genauso. Und das erstmal so, sich auch in den Kopf zu hauen, so sagen, hey, die Zahl ist eigentlich kein Thema, das ist eigentlich komplett Quatsch. Eigentlich ist nur das Bild, also die Aufbau, was du machst, das Training und so alles, ist viel mehr wichtiger und viel mehr wert, wie du schon sagte. Und das muss man erstmal wirklich im Hinterkopf behalten, so. Weil ich habe auch lange gebraucht, bis ich das erstmal verstanden habe, so, weil ich dachte, auch so, die Zahl ist wichtig auf der Waage, so. Und das ist einfach nicht so schön, also, weil dann ist da so dieser innerliche Druck immer mit verbunden und das ist echt nicht schön. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, es hat sich ja jetzt noch gar nicht so viel auf der Waage getan. Du hast es schon abgenommen, aber gar nicht so viel groß auf der Waage, weil du schon ein geringes Gewicht hattest am Anfang. Aber das Spiegelbild ist ja richtig krass, wenn wir das Vorher-Nachher-Bild mal einblenden, da sieht man halt schon einen krassen Unterschied. Was hat sich so, deiner Meinung nach, so am positivsten in deinem Leben verändert? Was hat sich am positivsten so beim Körper verändert? Also es war schon Wahnsinn, auch so in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt erst schon abgenommen habe, ich finde das immer noch nicht so viel sofort. Aber so meine Freunde haben sofort gesagt, so, ey, man sieht das schon, das ist so krass und ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Und ich fühle mich auch schon mit meinem Bauch schon viel wohler, muss ich ehrlich sagen. Und das war vor ein paar Wochen einfach noch nicht der Fall. Und ich stelle mich jetzt so mehr gerne auch in den Spiegel und gucke mich an und sehe, okay, da ist was getan. Und man sieht diese Resultate und das ist echt ein schönes Gefühl schon. Man fühlt sich schon wirklich wohler, finde ich. Geile Sache, das ist doch schön. Ja, wenn man sich wohler fühlt, ist doch nein. Ich glaube jetzt gerade, wenn Sommer ist, merkt man auch so Klamotten-Technik wahrscheinlich, oder? Vollkommen richtig. So, das war für mich auch immer ein schwieriges Thema. So, gerade wenn die Sommerzeit angefangen hat, ich fand das immer schrecklich, weil du willst gerne im März so ein bisschen auch schön zeigen, aber du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl und dann versteckst du dich wieder. Und das ist einfach nicht schön und deswegen, und die Sommerzeit war auch eine Herausforderung für mich. Und dann habe ich gesagt, jetzt willst du auch in den nächsten Sommerzeiten endlich mal mit deinem Traumkoffer rumlaufen und nicht so eingeengt. Und jetzt ist ja Hochsommer, wir haben ja 30 Grad, wir waren gerade sogar eine Runde spazieren. Jetzt hast du dein Kleid an, sieht gut aus. Danke schön. Und fühlst du dich wahrscheinlich auch viel wohler, oder? Wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt seit diesem Jahr wirklich angefangen, mehr Kleider zu tragen. Und muss ich echt sagen, ich bin froh. Ja, ich freue mich, weil ich wollte immer schon Kleider tragen, habe mich nie getraut. Hatte auch immer auch eine Längensung angehabt, weil ich immer gedacht habe, du musst deine Beine verstecken. Das ist totaler Quatsch. Aber es war so, damals die Zeit. Jetzt ist die Zeit vorbei. Richtig. Nice. Okay, du hast ja super Erfolge erzielt. Was hast du denn schon ausprobiert, bevor du zu uns gekommen bist? Was hat so alles nicht geklappt? Ja, genau. Ich hatte mich halt im Fitnessstudio angemeldet und habe gedacht, okay, das wird schon reichen. Und ja, bin ich öfter auch mal hingegangen, habe dann auch erstmal ein bisschen abgenommen. Aber so am Essen oder so Ernährung habe ich mich nie wirklich darum gekümmert. Also ich habe immer gedacht, ja, du musst eigentlich dich gesünder ernähren, das hatte ich auch oft gedacht. Aber ich konnte es nicht. Es war einfach anstrengend für mich schon direkt und habe darauf direkt schon verzichtet. Also ich habe da keinen Wert drauf gegeben. Und ja, das hat dann nie geklappt, wirklich. Ich wusste nie, woran lag das denn nicht. Klar, die Ernährung ist A und O. Aber ich wusste trotzdem nicht, was ist da jetzt falsch? Und ja, und dann hat es trotzdem einfach nie geklappt. Und ich bin noch nie weitergekommen, so wie jetzt. Und ich war immer gleich 60, 63, wog ich immer. Es hat sich nie was getan, so. Und dann habe ich auch lange die Motivation verloren im Gym. Und bin auch nicht mehr hingegangen, weil ich habe gedacht, bringt doch eh nichts alles. Und ja, seitdem aber jetzt, ja, habe ich gesagt, okay, jetzt muss es klappen. Weil vorher hat einfach diese Sachen einfach nicht geklappt. So Ernährung, so Diäten habe ich nie ausprobiert, weil ich habe gesagt, das werde ich eh niemals aushalten. Ja, da wirst du schon mal einen Schritt weiter als die meisten. Das stimmt. Ja, die meisten machen sie nicht. Aber das ist doch schon mal eine coole Sache. Also du hast natürlich recht, man ist halt auch überfordert mit den ganzen Informationen, die es gibt. Man weiß nicht genau, worauf soll ich jetzt hören, was stimmt jetzt, man prügt vielleicht ein paar Sachen aus. Aber wenn man nicht weiß, was man eigentlich falsch macht, dann denkt man sich, hey, ich mache doch alles richtig. Richtig, ganz genau. Und dann ist da so dieser innerliche Druck in dir. Du willst es schaffen, aber es funktioniert nicht. Und dann bist du selber schon demotiviert und frustriert einfach auch schon. Und das macht einfach keinen Spaß. Und dann sagst du, okay, bringt ja eh nichts, sitzt du wieder auf der Couch rum. Ja. Und da ist niemandem aufgeholfen. Und das ist echt traurig, dass es so schnell geht. Ja, auf jeden Fall. Das sind viele, die denken sich dann auch irgendwann, wenn die das ein paar Monate machen, denken sich, hey, wofür mache ich das? Das bringt ja eh nichts. Vielleicht liegt es einfach an mir. Vielleicht kann ich irgendwie einen Traumkörper nicht erreichen. Aber was würdest du den Leuten sagen? Genau. Deswegen, also es geht. Es ist machbar. Jeder kann abnehmen. So ist es nicht. Man muss es nur wollen. So ist das. Und anders würde ich das nicht anders beschreiben. Wenn man das will, dann geht es. Und das ist wichtig. Auf jeden Fall. Sehr geil, sehr geil. Okay. Alles klar, super. Dann bist du da zu uns ins Coaching gekommen. Was würdest du denn sagen, was hat dir so bis jetzt beim Coaching so am meisten gefallen? Diese, ja, die Offenheit einfach mit euch so. Ihr könnt einfach super miteinander sprechen so. Und man kann offen und ehrlich einfach mit euch kommunizieren. Und ihr versteht es. Ihr nehmt es auf. Und das fand ich halt schon direkt schon so beeindruckend. Und ich habe mich einfach direkt wohlgefühlt schon so, weil das so locker ist und nicht so streng alles so. Natürlich, ihr seid natürlich irgendwo gewisserweise streng, damit es läuft, natürlich. Wenn es nicht läuft, sind wir noch strenger. Richtig. Aber ihr macht es auf eine sympathische Art. Und das ist einfach was Schönes. Und keine Ahnung. Also wenn keiner hier hinkommen würde, würde ich auch, das ist irgendwie falsch, dann bist wir auf der falschen Seite. Auf jeden Fall. Und ich fand es immer schon sofort toll. Und die Gespräche einfach so. Man kann mit euch einfach reden. Die ganzen Fragen stellen, die in einen Kopf schwirren. Egal, ob das nur, ja, welchen Schuh trage ich oder so. Egal was. Und ihr beantwortet hier immer schnell. Und ihr seid füreinander da. Und das ist toll. Also man fühlt sich aufgewogen. Das ist schön. Ja, das freut mich doch auf jeden Fall zu hören. Du bist ja auch immer, wir haben auch schon miteinander persönlich, in der Sprechstunde zum Beispiel persönliche Calls gehabt. Wie war das so, wenn du mit mir so Kontakt hattest? Was waren so die Sachen, die du vielleicht von mir mitgenommen hast, wo ich dir vielleicht Tipps schon gegeben habe, wo die so ein bisschen hängen geblieben sind? Ich fand das schon wirklich viel wert. Also ich habe das dann auch umgesetzt. Versucht zu umzusetzen, zu verstehen, okay, wie will er das ungefähr? Oder wie meint er das? Also du. Und ich fand das schon gut. Also die Sprechstunden sind auch wirklich viel wert, um auch so viele Eindrücke zu erwickeln. Und das fand ich ganz gut. Also finde ich sehr gut. Auf jeden Fall so. Cool. Was gab es so für vielleicht eine Sache, die dir vielleicht von dem Kontakt mit mir im Kopf geblieben ist? Vielleicht so einen Tipp, wo du sagst, boah, den wusste ich vorher nicht, der hat mir schon geholfen. Irgendwie ein Tipp oder so. Ja, das war der erste Tipp tatsächlich mit dem Essen. Du musst nicht unbedingt morgens, mittags, abends essen. Das ist Quatsch, weil das haben die Menschen früher auch nicht getan. Die haben mindestens vielleicht mal eine Mahlzeit gehabt am Abend oder so. Und das ist mir tatsächlich in den Kopf geblieben, weil dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du dein Essen auch so schön gestalten. und dann für später so, wenn du morgens dann noch keinen Hunger hast, warum sollst du dir unnötig schon reinstopfen, wenn es nicht nötig ist? Das muss nicht sein. Und dieser Tipp war bis jetzt immer noch geblieben im Kopf und das finde ich echt super. Und daran habe ich einfach nicht nachgedacht, so hat er eigentlich recht. Dann hast du mehr Zeit und kannst dann so anders individuell deine Ernährung einfach planen. Und das ist echt schön. Das war ein cooler Tipp. So hätte ich nicht gedacht. Man soll das immer so machen, wie es in seinem persönliches Leben reinpasst. Richtig. Auf jeden Fall. Richtig geile Sache. Cool, cool. Finde ich auf jeden Fall mega, dass du schon super Erfolge erzielt hast. Was würdest du denn sagen, was sind denn jetzt noch für die nächsten Monate so dein Ziel vom Körper? Wie würdest du deinen absoluten Traumkörper so beschreiben? Ich würde schon gerne noch schlanker werden, also straffer alles einrichten, dass ich auch mehr Muskellatur aufbaue, weil ich merke total, also schon die erste Woche habe ich auch euch geschrieben, ich merke total, ich habe keine Muskeln. So, das war schon erschreckend. Und das hilft wirklich schon viel mehr, wenn du mehr Kraft aufbringen willst und so alles. Und das ist so mein Traum, auf jeden Fall so mehr Muskeln aufbauen auch und ja, einfach so, dass es straffer aussieht alles und nicht mehr so schlappig, sage ich mal, gerne genannt. Ja, man muss sie auch, ja, die Wahrheit im Auge sehen und das wäre einfach schön. Geil. Genau. Ja, da bin ich sehr guter Dinge, dass du das auch schaffen wirst, ziehst du auch mega durch, bist super fleißig von daher, das ist schon mal geil, cool. Es gibt immer viele Leute, die sehen jetzt so das Vorher-Nachgebnis von dir sehen, boah, die Evelyn passt wieder in die Klamotten rein, hat so super Folgen, auch in einem kurzen Zeitraum und denken sich ja, das ist für sie selber wahrscheinlich nicht so möglich. Oder es ist viel zu schwer, es ist viel zu mit Verzicht verbunden, es ist nicht machbar. Was würdest du diesen Leuten sagen? Ich würde einfach sagen, das ist alles Quatsch, was ihr sagt, so, es ist alles machbar, so, und ihr müsst nur wissen, wie es geht und dann ist einfach alles easy. Also, sobald man einmal das einmal verstanden hat, läuft das einfach, so, und dann ist es eigentlich komplett simpel, so würde ich das sagen, ja. So, man darf sich nicht so viel in den Kopf machen. Okay, das heißt, ich würde auch sagen, im Grunde genommen, bis wir jeden, der jetzt nicht irgendwie eine richtig krasse Krankheit hat, ist absolut realistisch, den Traum für uns verweichern. Das ist realistisch, auf jeden Fall. Also, ich kenne auch eine Freundin, die hat er auch immer abgenommen und die hatte auch Diabetes und das ist machbar, wenn man es richtig macht. Ja, auf jeden Fall. Genau. Coole Sache, coole Sache. Ja, ich finde es mega, dass du durchgezogen hast. Cool, dass du uns hier im Büro besuchen gekommen bist. Was sagst du zum Büro so? Richtig schön, also ich kann es nur empfehlen, mal vorbeizukommen. Aber nur, wenn ihr Teilnehmer seid, sonst kommt ihr nicht hin. Also, ein bisschen schwierig, ganz genau. Nee, aber es ist wirklich sehr sympathisch, schön eingerichtet, tatsächlich auch. Und es ist wirklich gemütlich, also man fühlt sich wohl. Also, ich habe mich direkt hier wohl gefühlt, ich komme rein und es ist einfach angenehm. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du noch sagen willst oder irgendwie sowas? Ähm, tatsächlich eigentlich nicht so. Irgendwie ein Grüßen oder so? Ja, Grüße. Sehr gerne an meine Familie, wenn ich sagen darf. Familie, ja. Genau, das ist immer ganz schön und das braucht man auch. Sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, falls du das jetzt hier draußen siehst und sagst, hey, ich möchte auch abnehmen, ich möchte auch einen flachen Bauch bekommen, wieder ins Kleid reinpassen oder mehr Kleider wieder anziehen können, dann kannst du dich jetzt gerne, wie Evelyn damals auch, für ein kostenloses Erstgespräch bei uns bewerben. Wie war das Erstgespräch so? Es war einfach mega, also es war ganz locker, es hat nicht lange, also es hat schon ein bisschen gedauert, aber es hat trotzdem, war einfach ganz locker so und einfaches Gespräch, so man wird Fragen beantwortet bekommen und das war es eigentlich schon so und dann hast man schon einen Eindruck. Das ist ganz easy, genau. Ganz easy. Deswegen einfach mal machen, klick mal jetzt unter diesem Video auf den Link www.henrizert.com, mach gerne einen Termin aus für ein kostenloses Erstgespräch, da sprichst du mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team mal bei der Situation, wir schauen, wo du schießt, was erzählt ist und ob wir dir weiterhelfen können. Deswegen mach gerne das Erstgespräch, klick dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dein Henry und deine Evelyn. Ciao. Ciao.